Such dir nun einen ruhigen, angenehmen Ort und nimm eine Körperhaltung ein, in der du den Körper ganz loslassen kannst. Das kann im Sitzen sein, angelehnt, vielleicht sogar den Kopf anzulehnen. Du kannst aber auch am Rücken liegen, mit den Armen seitlich, oder dich im Sitzen nach vorne beugen, die Unterarme auf den Oberschenkeln ablegen, ganz so wie es für dich jetzt gerade passend ist. Und wenn du möchtest, dann kannst du im Ausatmen die Augen sich schließen lassen. Und erst mal ankommen, innerlich. Die Aufmerksamkeit sich umstellen lassen in deinem eigenen Tempo, von außen nach innen. Vielleicht sogar dich innerlich an einen Ort begeben, an dem du ganz für dich sein kannst, wo du ungestört bist. Einen Ort, an dem du dich sicher und aufgehoben fühlst. Oder auf deine ganz eigene Art einfach nochmal ankommen hier. Und dir dafür so viel Zeit geben, wie du brauchst. Und wenn sich jetzt oder auch später andere Gedanken einspielen, oder Körperempfindungen, oder auch Nebengeräusche, mit denen du nicht gerechnet hast, dann gibt es die Möglichkeit, all das einfach wahrzunehmen, ohne zu bewerten. Und neugierig zu sein, was im nächsten Moment in deinem Bewusstsein auftauchen will. Und Gedanken vorbeiziehen zu lassen, oder mit der Ausatmung abfließen zu lassen. Während du sowieso mit einem Teil deines Bewusstseins meinen Worten folgen kannst. Und mehr und mehr eintauchen in so ein angenehmes, wohltuendes Körpergefühl. Und ich werde jetzt einige Sätze sagen, die so eine Einladung sein können an deinen Organismus, dieses Erleben jetzt entstehen zu lassen. Und du kannst diese Sätze innerlich für dich, zu dir selbst sagen. Du kannst sie dir auch vorstellen, bildlich vorstellen, wie auf einem Plakat oder einem Banner. Oder du hörst einfach zu und beobachtest, ohne zu bewerten, wie dein Körper reagiert, wie dein Geist reagiert. Und nun würde ich dich erst mal einladen, deinen Körper erst mal nur wahrzunehmen. Deine Arme, deine Hände, deine Beine, deine Füße, den Rücken, das Gesäß, Brust und Bauch, Nacken, den Hals und deinen Kopf. Und du spürst vielleicht das Gewicht deines Körpers. Ob sich dein Körper eher schwer oder leicht anfühlt. Und du spürst, wie dein Körper atmet. Nun kannst du dir innerlich den Satz sagen oder vorstellen. Ich bin ganz ruhig. Mein Körper kommt mehr und mehr zur Ruhe. Ich erlaube mir, mehr und mehr zur Ruhe zu kommen. Eine angenehme Ruhe breitet sich in meinem Körper aus. Und verbinde die Worte, wenn du möchtest, mit der Ausatmung. Dabei kannst du auch durch den leicht geöffneten Mund ausatmen, wenn es für dich angenehm ist. Wenn du diese Übungen ohne Anleitung machst und dir die Sätze selbst vorsagst oder vorstellst, dann kannst du sie drei bis sechs Mal wiederholen, innerlich. Oder auch laut, wenn du möchtest. Und einfach spüren zu können, wie sich dieser Satz in deinem Organismus, in deinem Erleben auswirkt. Und du die Formulierung auswählen kannst, die für dich am stimmigsten ist. Und ohnehin meine Worte so verändern kannst. Dass es zu deinem inneren Erleben optimal passt. Und nun kannst du den linken Arm in den Fokus rücken und dir innerlich den Satz sagen, mein linker Arm ist angenehm warm. Eine angenehme Wärme durchströmt meinen Arm. Eine angenehme Wärme breitet sich in meinem linken Arm aus. Und nun den rechten Arm wahrzunehmen. Verbunden mit dem Satz Mein rechter Arm ist angenehm warm. Eine wohltuende Wärme breitet sich in meinem rechten Arm aus. Eine angenehme Wärme durchströmt meinen Arm. Und nun beide Arme wahrzunehmen. Von der Schulter bis zu den Fingerspitzen. Und dir innerlich den Satz zu sagen oder vorzustellen. Meine Arme sind angenehm warm. Sich vielleicht wie von selbst eine wohltuende Wärme in deinen Armen bemerkbar macht. Und nun das linke Bein zu spüren, während du dir den Satz sagst oder vorstellst. Mein linkes Bein ist angenehm warm. Mein linkes Bein fühlt sich angenehm warm an. Eine wohltuende Wärme durchströmt mein linkes Bein. Und du nun das rechte Bein wahrnehmen kannst. Und den Satz Mein rechtes Bein ist angenehm warm. Eine angenehme Wärme breitet sich in meinem rechten Bein aus. Eine wohltuende Wärme durchströmt mein rechtes Bein. Und beide Beine in die Aufmerksamkeit zu rücken. Zusammen mit dem Satz Meine Beine sind angenehm warm. Eine angenehme Wärme durchströmt meine Beine. Und nun die Arme und Beine gleichzeitig zu spüren. Meine Arme und Beine sind angenehm warm. Meine Arme und Beine spüren eine angenehme Wärme. Eine wohltuende Wärme durchströmt meine Arme und Beine. Mein ganzer Körper fühlt sich angenehm warm an. Und manchmal entstehen auch Bilder, Assoziationen, die zu diesem Erleben von Wärme zu diesem Jetztgrad für dich passenden Temperaturleben passen könnten. Wie warme Sonnenstrahlen auf der Haut. Ein wärmendes Licht. Ein wärmendes Bad. Oder wie auf einem von der Sonne gewärmten Fels zu liegen und zu spüren wie diese Wärme von dort in den Körper fließt. Und du dir auch diese oder andere Vorstellungen und Assoziationen einfach erlauben kannst sich einzuspielen. Wenn du möchtest und wenn es für dich angenehm ist. Und nun kannst du die Aufmerksamkeit in deinen linken Arm lenken und dir innerlich den Satz sagen oder vorstellen. Mein linker Arm ist angenehm schwer. Eine angenehme Schwere breitet sich in meinem linken Arm aus. Ich spüre eine angenehme Schwere in meinem linken Arm. Und nun den rechten Arm wahrnehmen kannst und den Satz dir sagen oder vorstellen. Mein rechter Arm ist angenehm schwer. Mein rechter Arm fühlt sich angenehm schwer an. Eine angenehme Schwere breitet sich in meinem rechten Arm aus. Und vielleicht sinkt der eine oder der andere Arm mehr und mehr ein und du spürst wie deine Arme getragen gehalten werden dort wo sie liegen und sagst dir innerlich den Satz Meine Arme sind angenehm schwer. Meine Arme fühlen sich angenehm schwer an. Eine angenehme Schwere wird in meinen Armen spürbar. Du nun das linke Bein in die Aufmerksamkeit rücken kannst und den Satz dir sagen Mein linkes Bein ist angenehm schwer. Mein linkes Bein fühlt sich angenehm schwer an. Eine angenehme Schwere breitet sich in meinem linken Bein aus und auch das rechte Bein wahrnehmen kannst. Und den Satz Mein rechtes Bein ist angenehm schwer. Mein rechtes Bein fühlt sich angenehm schwer an. Eine angenehme Schwere breitet sich in meinem rechten Bein aus. Und während du beide Beine gleichzeitig wahrnimmst, den Satz dir vorstellen oder sagen kannst, meine Beine sind angenehm schwer. Meine Beine fühlen sich angenehm schwer an. Eine angenehme Schwere breitet sich in meinen Beinen aus. Und während du das Gewicht deiner Arme und Beine wahrnimmst, dich vielleicht getragen gehalten fühlst, können alle Muskeln in deinen Armen und Beinen einfach loslassen, alle Spannung sich lösen. Und du dir den Satz sagen kannst, meine Arme und Beine fühlen sich angenehm schwer an. Eine angenehme Schwere breitet sich in meinen Beinen aus. Eine wohltuende Schwere wird in meinen Armen und Beinen spürbar. Mein Körper fühlt sich angenehm schwer an. Und wenn dein Organismus gerade jetzt lieber ein Gefühl der Leichtigkeit erleben möchte und das für dich angenehm ist, dann könntest du, wenn du Lust hast, mich da draußen einfach reden lassen und dir dieses wohltuende erleben können, das jetzt gerade für dich und für deinen Körper das stimmige ist. Und meine Worte, meine Stimme kann so etwas werden wie eine wohltuende Begleitmusik zu deinem eigenen inneren Film, sodass du für dich die jetzt genau stimmige Mischung aus Wärme und Kühle aus Schwere und Leichtigkeit in deinem Körper wahrnehmen kannst. Und während du spürst, wie dein Körper in seinem eigenen natürlichen Rhythmus, den er jetzt gerade für sich gewählt hat, atmet. Mit jedem Atemzug mehr und mehr dich in so ein angenehmes, erholsames Gefühl hineinbegeben kannst. während du dir den Satz sagst, mein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Mit jedem Atemzug werde ich ruhiger und ruhiger. Mein Atem wird ruhiger und ruhiger. Mit jedem Atemzug fühle ich mich freier und gelöster. Du nun deinen Bauch spüren kannst. Wenn du das Bedürfnis hast, auch eine Hand oder beide auf deinen Bauch legen und dir den Satz sagst, mein Bauch ist angenehm warm. Eine angenehme Wärme durchströmt meinen Bauch. Mein Bauch fühlt sich angenehm warm an. Und du nun den Kopf wahrnehmen kannst, die Stirn, das Gesicht, den Hinterkopf und dir den Satz sagen oder vorstellen. Mein Kopf fühlt sich frei und klar an. Mein Geist fühlt sich ganz klar und frei an. und manchmal auch Bilder wie die Oberfläche eines Sees an einem windstillen Tag zu diesem Erleben gut passen. Erleben du über den See blicken kannst, vielleicht wie ein Bergsee in die Ferne und diese Weite und Klarheit zu spüren. Und nun würde ich dich einladen, dir noch mal innerlich den Satz zu sagen, ich bin ganz ruhig. Ich spüre mehr und mehr, wie eine angenehme Ruhe sich in meinem Körper ausbreitet. Mein Körper kommt mehr und mehr zur Ruhe. Ich erlaube meinem Körper und meinem Geist jetzt eine angenehme Ruhe zu erleben. Und du kannst für dich einfach die Sätze und die Vorstellungen weitergehen lassen, die für dich gerade besonders angenehm und wohltuend sind. Und all das, wie von selbst weitergehen kann, während dein Organismus in einen tiefen und erholsamen schlaf gleitet.